Jetzt geht's auch direkt weiter hier bei ProBrawl Jetzt spielen wir nämlich weiter, Hall of Meat Und jetzt gehen wir zum... Daim! Der SV dann! Wunderschön! Kann nicht jemand den Kameramann von hinten kicken? Und zack! Oh, ich hab Judo hinbekommen! Der hat so einen Judo-Kick nach rechts gemacht Ich wollt nur mal gucken, ob er das macht Das war jetzt nicht so ein toller Sprung Oh Mensch, hab ich grad nicht an Judo Säckel Auf den Kock! War das wirklich auf den Kopf? Ach, André, ich glaube schon Ich vermute ich Jetzt kommt der Typ mit seinem Rucksack Mal! Ich bin halt schon mal Ich erinnere mich eher... Naja Das ist halt wo jemand nicht den Space Jam Der liegt wo jemand hinten... Ähm... Äh... Das sind welche... Das... Ich stelle mir das voll dumm vor an den Seitenrollen Und dazu geh... Hm... 30%. 31.000! 55.000! Das war jetzt ne schöne Vorlage, ne? Ich nehm die Nummer 3 Die 3 Und wird auf den Denk Und lenken Und den Denk Das war jetzt der Atem Der linke Arm ist des Zorns gebrochen Und sie bewegt ihn trotzdem so Hm... Hand noch Spüre ich da wirklich Schmerzen? Das war jetzt nicht viel 3-Eck Aaaaah Boah... Gesicht No... Epileptische Zockungen! Pff... Der macht einfach nur 2.000 Punkte klar Schau... Ich kann das eigentlich nicht riskieren Mal zur Seite runter zu fahren Weil es könnte einer einfach kommen Aaaaah... Du kommst auch immer zu Die schöne Landung hin Aaaaah... Vielleicht fehlt einfach der Ballast zwischen den Beinen Hahahaha... Ooooooh... Vielleicht auch nicht Aaaaah... Der war nicht mal so toll, der Sprung Die ist ja auf die Knie Und aufs Gesicht Gleichzeitig gekommen Oder? Ne? Und die fast schon eine natürliche Ich glaube nicht das erste Mal dass ihre Knie und ihr Gesicht zu leiden fallen Aaaaah... Die fast schon eine natürliche Stelle in der Frau Aaaaah... 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 Oh... Epileptische Zockungen Der macht da das Ding ja Aaaaah... Aaaaah... Richtig... Aaaaah... 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 Sooo... Und das war dann auch schon die zweite Folge Aaaaah...